So Leute, willkommen zurück zu Let's Be Wario World. Ich bin Scherzer Dane5 und wir machen weiter im super sozialen Wario World 100% Modus. Na, gut, äh, wo sind wir jetzt? Wir sind im Funke-Land. Spiegelhallen. Äh, ja. Versuchen wir das mal wieder gleich. Und gleich kommt einem schon so ein merkwürdiges Vieh entgegen. Ein... Spisten. Alter, bist du komisch. Äh, achso, achso, okay, okay. Nimm dich trotzdem mal mit. Oh. Das ist jetzt schon scheiße. Und wieder mal, die Wirtschaft hat kein Geld für Boden. Dafür umso mehr billige, merkwürdige Säure oder was es sein soll. Na komm, na komm. Ich hab genügend Geld. So. Hallo, du Vieh. Du Vieh. Tschüss. Alter, was für ein Arschloch. Jetzt muss ich noch ganz in die andere Welt zurück. Okay. So. Alter, hab ich viel Geld. Hä? Wie soll ich denn da reinkommen, ihr Witzbeute? Erstmal hier. Ich guck dann weiter. Ähm. Oh. Okay, das ist... Oh. Muss man ganz normal rein? Oh, das ist ja doof. Dass man die auch vorher zerstört... Also, dass man die währenddessen zerstört. Das hätte man nochmal sagen können. So. 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 Oh, komm. Ey, was ist denn so eine Kacke? Bin ich zu doof? Nichts. Yeah. Hier gibt's ein anderer Mal, Fettbacke. Okay. Okay. So. Shoot. Okay. Okay, okay. Läuft doch. Das ist echt wie immer. Zu viel. Ich höre auch irgendwo so wieder so einen kleinen Nerd. Ach, geh da runter. Okay. Oh. Aha. Da geht's nicht rein. Das ist ja... Also, das ist irgendwie... Ziemlich komplex hier. So. Äh. Ich wollte gerade sagen, am besten ohne zerquetscht zu werden. Geh weg! Was ist dieser Freak? Aha, und wie soll ich da jetzt? Aua! Komm, geh hoch. Komm, geh hoch, Mann. So. Da ist er. Willkommen in den Spiegelhallen. Es gibt ja einige Passagen, bei denen du allerlei Spiegelhallen sitzt. Du sitzt hier einfach am Ball. Okay, die Musik ist schon mal chillig hier. So. Was willst du denn? Ach, nee. Das ist schon wieder mit Drehen. Und was seid ihr für Gegner? Ey. Oh. What? Okay, nee. Zurück will ich nicht. Ach du Scheiße. Alter, was ist das für eine Kacke? Alter, die Spiegelhallen finde ich jetzt schon kacke. Eindeutig. Die finde ich jetzt schon kacke. Alter. Wie soll ich denn kämpfen, wenn ich nicht mal was sehen kann? Okay. Dankeschön. Gott. Ach du Scheiße. Haha, finde ich da toll an. Alter, die Welt finde ich jetzt schon kacke. Ich habe sie gesehen und finde sie kacke. Lass mich reiten. Jetzt auch irgendwo. Keine Löcher? Okay, Spiel. Jetzt bin ich aber enttäuscht. Keine Löcher? Oh Gott, aber mir wird Schwindel hier drin. Boah, Alter. Ich kotze euch gleich auf den Boden. Boah. Äh. Äh. Oh Gott. Ich kotze euch gleich auf den Boden, ey. Ohne Witz. Oh. Ja. Alter. Wow. Holy fucking shit. Äh. Ja. Nee, so. Die Welt ist jetzt schon irgendwie kacke. Achso. Das sind... Aha. Hier, da war ein Schalter. Was? Kann ich da rein? Nee, da können wir... Das ist nur so ein Mäuse-only-room. Äh, Mäuse-only-room. Ja. Nee, ganz... Ganz ohne Witz, Leute. Also der... Das Level, das finde ich... Aha. Aha. Was willst du... Von mir? Ich... Bokotetze... Häng... Äh... Von Angreiber... Weiß wie mehr noch. So. Da kommt er. Der Papplöwe. Das kann jetzt dauern. Bis der sich dazu entschließt, wieder umzudrehen. Komm, renn los. Oder bleib stehen, du Vieh. Renn halt jetzt los. Aber gib Hacke. Boah. Okay. Alter. Spiegelheim, ey. Wenn mir nicht... Es ist... Es gefällt mir nicht. Nein. Die Idee ist gut. Es gab es auch noch nicht. Aber... Hallo, ihr Vögel, ey. Geht mir nicht auf den Sack. Ich will den Freak doch nur mitnehmen. So. Lass mich in Ruhe. Äh... Äh... Witzig. Witzig. Okay. Verfickter Wichser. Okay, das bringt nix. Donnerball. Ihr seid ja die. Soll ich auf die Hände damit gehen? Offenbar. Offenbar soll ich auf die Hände. Ein paar Blitzeball. So. Ja. Ja, ist klar. Ich kann da auch noch runterfallen. Hurra. Hat ja noch gefehlt. Die bodenlose Welt. Oh ja, du kannst mich auch kilometerweit schleudern. Mit deiner verfickten Nase. Ey. Du Spaten. Lass mich los. Oh. Geil. Lass mich raten. Hast du wieder volle Energie? Hab ich recht? Volle Energie? Kabel. Ein Kabel ist grad... Scheiße. Spuck mal weit aus, Junge. So, komm her. Ist richtig. Jetzt glitschst du auch noch irgendwo hin. Was soll das denn? Oh. Komm, Spuck aus. So. Komm, Spuck was aus, Mann. Spuck was aus. Ich find diese Spiegelwelt kacke. Kann sein. Ganz ehrlich. Ich find die super kacke. So. Jetzt komm her. Oh. Lach nicht so, ey. Spiegelhalm. Spiegelhalm. Ja, ist... Mhm. Ist richtig. Ist richtig. Ich rausch ab, ey. Ohne Witz. Ich rausch ab. Ich brauch Urlaub. Läuft nach Plan. Gut. Okay. Ich hab alles. Hab ich so beschlossen. Tschüss. Was bist du denn nun schon wieder? Alter. Oh Gott. Ey, nee. Gott im Himmel. Weißt du. Hä? Hey, da unten ist Boden. Was hast du denn? Warum sollte ich für eine Münze mein Leben riskieren? Na, wieso? Eigentlich mein Leben... Eigentlich ist es Wumpe. Weil mein Leben... Ich werd hier ja eh immer ge... Respawn! Deswegen spiele ich keine Mario-Romax. Short Jumps. Äh. So. Hopp. Cool. Hopp. Jetzt geht das so. Mann. Och. Komm. Der... Das ist doch hier... Dummies Kabel, ey. Oh. Gott. Blödes Behinderten-Kabel hier. Die Kotzen hängt immer an meinem Schrank fest. Wie hab ich das bitte gerade gemacht? Ist da Knobie drin? Ach man, warum können sie da nicht Knobie reinpacken? Ist ja viel schöner. Okay, der Part ist hier definitiv... zum Kotzen. Oh Gott. Nein, ne, komm. Jetzt nicht nochmal. Hopp. Ähm. Ach so, da. In der Ecke. Ja, ne, ist klar. Hinten in der Ecke. mint water. In der Ecke.